Liebe Studierende, willkommen zum zehnten Podcast des Semesters. Zuletzt haben wir das Dualismus der Materie neben dem Dualismus des Lichtes studiert und diesbezüglich das Konzept der Materiewelle eingeführt. Die nicht-deterministische Natur der modernen Physik lässt sich mit den Eisenbergschen unschärfer Relationen zusammenfassen. Schliesslich haben wir das Bursche-Atommodell entwickelt, das das Energiespektrum der Materie erklärt. Licht konnte als ein Wellenvorgang beschrieben werden. In manchen Fällen schien die Beschreibung als Photonenstrom zweckmässiger. Dies entspricht dem Dualismus des Lichtes. Es stellt sich nun die Frage, ob man umgekehrt einen Strom von echten Teilchen, zum Beispiel einen Elektronenstrom, nicht auch als Welle beschreiben kann. Diese Idee stammt von Louis de Broglie. Um sich von den Materiewelle zu überzeugen, betrachten wir folgendes Experiment. In einer evakuierten Röhre werden Elektronen, die aus einer geheizten Kathode austreten, auf ein Kristallgitter hin beschleunigt. Dort werden die Elektronen gebeugt wie eine Welle. Man erhält das typische Beugungsmuster. Nicht nur Elektronen, sondern alle Materiestrahlen, gleichgültig ob Neutronen, Protonen, Alpha- oder Atomstrahlen, besitzen Wellencharakter. Es scheint so zu sein, dass immer dann, wenn viele Teilchen zusammen in einem Strahl vereinigt sind, der Wellencharakter merklich wird. Handelt es sich aber um Elementarwechselwirkungen, so tritt der Teilchencharakter zutage. Wenn man genauer ihn sieht, bemerkt man, dass ein Dualismus Teilchenwellen entsteht. Man versucht, das Teilchen, Photon wie Elektron, als ein Wellenpaket, d.h. Wellengruppe, zu beschreiben. Zu seiner Beschreibung bedarf es der Superposition vieler ebener Wellen mit verschiedenen Amplituden und mit Wellenlängen aus einem Wellenlängenbereich um eine Hauptwellenlänge herum. Diesen Materienwellen würde man vom Teilchenimpuls p ausgehend die Wellenlänge Lambda gleich Planche-Konstante durch Impuls und mit der Teilchenenergie E die Frequenz, Energie durch Planche-Konstante, zu schreiben. Mit E ist die Gesamtenergie gemeint. Ein Photon und ein Materieteilchen sind nicht Teilchen oder Wellen im klassischen Sinne. Zum Beispiel kann man den Ort und den Impuls dieser Partikel nicht gleichzeitig mit gleicher Genauigkeit angeben. Man gelangt so zu den berühmten Eisenbergschen Unschärferelationen. Am einfachsten lassen sich die Eisenbergschen Unschärferelationen wie folgt anschaulich erklären. Eine Lichtwelle wird an einem Spalt gebeugt. Auf einem Schirm entsteht eine charakteristische Intensitätsverteilung, die sogenannte Spaltbeugungsfunktion. Im Vorlesungsexperiment wurde die gleiche Situation mit Wasserwelle gezeigt. Wenn man einmal von dem Nebenmaxima der Intensitätsverteilung absieht, muss das Photon irgendwo zwischen den beiden Nullstellen bei den Winkeln ±α0 auf den Film ankommen. Dies entspricht einer Ungenauigkeit von beiden Größen, Impuls- und Ortskoordinaten. Mit der Analogie mit den Wasserwellen und via der geometrischen Betrachtung des Problems erreicht man somit die Eisenbergschen Unschärferelation. Die Physik der Atome, Moleküle und Kerne ist sehr umfangreich. Im Rahmen unserer Darstellung lässt sich daher nur eine grobe Übersicht dieses Themas geben. Die Atome bestehen aus positiv geladenen winzigen Kernen und einer negativen Elektronenhülle. Die Kerne sind aus positiv geladenen Protonen und elektrisch neutralen Neutronen aufgebaut. Unsere Erkenntnisse von dem Aufbau und den Eigenschaften der Atome stammt aus ihren Spektren. Während glühende Körper meist strukturlose kontinuierliche Emissionsspektren besitzen, zum Beispiel wie beim schwarzen Strahlen, senden isolierte Atome in Gasentlandungen charakteristische Linenspektren aus. Die angereckten Atome emittieren Licht, sprich Photonen, bei bestimmten Frequenzen. Das einfachste aller dieser Spektren ist das Wasserstoffspektrum. Die Linien von dem Wasserstoffspektrum sowie von sämtlichen Stoffen gruppieren sich zu Serien, die jeweils gegen eine charakteristische Grenzwellenlänge konvergieren. Den Spektroskopikern gelang es, eine empirische Gesetzmäßigkeit für die Energie des Photons zu finden, wobei N1 und N2 ganz vielfache sind und die verwickelten Niveaus beim Übergang, das seiste Anfang- und Endzustand bei der Absorption oder Emission des Photons, nummerieren. R ist die Rittbergfrequenz. Diese Erfindung für das Wasserstoffspektrum lässt sich einfach verallgemeinern. Bohr dachte sich, dass Elektron auf Kreisbahnen um den Kern umlaufen wie ein Planet um die Sonne. Zentrifugalkräfte sollten der Anziehungskraft zwischen Kern und Elektron das Gleichgewicht halten. Das Coulomb-Gesetz der elektrostatischen Anziehung zwischen den beiden Teilchen ist ja genauso ein Eins-über-Abstand-im-Quadrat-Gesetz wie das Newton'sche Gravitationsgesetz. Man benötigt aber auch das erste Bursche-Postulat. Es muss für das Elektron gewisse Kreisbahnen geben, auf denen keine Abstrahlung erfolgt. Diese Kreisbahnen entsprechen den stationären Zuständen mit bestimmter Energie. Die erlaubte Kreisbahnen findet man, wenn man sich daran erinnert, dass das umlaufende Elektron einen Bandreimpuls besitzen muss, der aber nur als quantisierte Größe, als ganze Vielfach der Planche Konstante in der Natur vorkommt. Mit der Annahme der Quantisierung der Drehimpulse lassen sich die Energieniveaus, wie empirisch festgestellt, durch eine klassische Behandlung, d.h. aus dem Kräftegleichgewicht der Coulomb-Kraft mit der Zentrifugalkraft, berechnen. Daraus kann man wiederum schließen, dass das Spektrum des Atoms, z.B. Wasserstoffatom, nur in ebenso fixierten Energiezuständen existiert, die man mit einer Laufzahl n hierarchisch, d.h. nach der Energie, durchnummerieren kann. Zur Erklärung der Linien-Spektren benötigt man das zweite Bursche-Postulat, Nämlich, nur der Übergang des Atoms zwischen zwei der stabilen Zuständen, führt zur Emissions- bzw. Absorptions eines Photons. Als Energie des emittierten, sprich absorbierten Photons, bei einem Übergang, betrachtet man den Unterschied zwischen den Energieniveaus. Die mathematische Beschreibung des Burschen-Atommodells wurde für den Fall des Wasserstoffatoms ergeleitet. Im allgemeinen Fall kann man sich vorstellen, dass das äußere Elektron um den Atomrumpf eines Atoms, der mit einer effektiven Kernladungszahl geladen ist, umkreist. Die Formel der Energieniveaus muss dann mit der Kernladungszahl im Quadrat multipliziert werden, was genau den empirischen Feststellungen entspricht. Beim Burschen-Modell nimmt man an, dass man das Elektron als ein punktförmiges Teilchen idealisieren kann, den man einen exakten Bahnradius und eine exakte Bahngeschwindigkeit zuschreiben darf. Nehmen wir jetzt an, wir wollten den Impuls auf 1% Genauigkeit festlegen, dann folgt, dass die Ortsschärfe nach den Eisenbergschen Relationen dem 50-fachen Durchmesser des Wasserstoffatoms entspricht. Man kann den Elektronenimpuls also nicht einmal mit einer Genauigkeit von 1% fixieren, wenn gleichzeitig das Elektron in der Nähe des Kerns bleiben soll. Die korrechte Beschreibung der Atomspektren liegt in einer vollständigen quantenmechanischen Darstellung des Atoms, das sei es in der Lösung der Schrödinger Gleichung. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Wir kehren zur klassischen Physik zurück und werden wir die harmonischen Schwingungen studieren. Besonders die Effekte der Resonanz wird unsere Diskussion prägen. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen. Erstens. Amen.